Wenn andere noch schlafen, wird bei Höfner schon fleißig gearbeitet. Die Vorbereitungen der Höfner Möbelteams laufen auf Hochtouren. Es wird sortiert, kontrolliert, verpackt, verladen, gesichert. Dieser randvoll geladene LKW startet heute zu einer besonderen Kundin. In Berlin freut sich Janina Use auf die Jungs von Höfner. Die bekannte Schauspielerin und Foodbloggerin bekommt eine neue Küche geliefert. Janina hat sich bereits im Vorfeld ihre Traumküche bei Höfner zusammenstellen lassen. Klar, dass sie da jetzt aufgeregt ist, ob auch alles so passt. Die Servicemonteure Mike Müller, Nils Weyer und Jim Polster fackeln auch nicht lange und legen gleich los. Was hier im Zeitraffer so leicht aussieht, ist in Wahrheit fachmännische Höchstleistung. Hier gibt es eine Menge zu tun. Da muss die Zeit optimal genutzt werden. Die zwei Tage werden wir schon brauchen. Wir müssen ja auch Innschubkästen montieren, die Griffleisten, also die Griffscheinen montieren. Das dauert schon zwei Tage. Hier sind Profis am Werk. Teamwork ist gefordert und jeder Handgriff muss sitzen. Da gilt es nicht, den Überblick zu verlieren und gleichzeitig Präzisionsarbeit zu leisten. Das Höfner Montageteam arbeitet im Dreiergespann. Mit dabei der frisch ausgelernte Servicemonteur Jim Polster aus Hamburg. Seine höfliche und freundliche Art ist allgemein beliebt. Seine Gewissenhaftigkeit und sein handwerkliches Geschick machen ihn zu einem echten Teamplayer. Der Berliner Nils Weyer arbeitet schon acht Jahre im Team. Und der erfahrenste hier ist Mike Müller. Der Brandenburger ist bereits seit 23 Jahren dabei und gibt sein Know-how gerne an die Jüngeren weiter. Dennoch gibt es auch Probleme. Die Türen passen nicht, gehen gerade nicht beidseitig auf. Janina schaut skeptisch. Sie hat sich eine trendige, offene Küche gewünscht. Laut Planung müsste eigentlich ausreichend Platz da sein, um beide Türen gleichzeitig zu öffnen. Beides gleichzeitig, weil man dann eh nicht durchkommt, aber es ist gut, wenn man es nachher kann. Für die Profis vom Höfner-Team ist das aber keine große Herausforderung. Nach ein paar wenigen Handgriffen passt alles. Ach, das haben wir hingekriegt. Ansonsten liegen wir gut in der Zeit. Gut. Nach zwei Tagen des Aufbaus werden nun die stylischen Keramik-Arbeitsplatten geliefert und fachmännisch durch ein weiteres Serviceteam montiert. Die Höfner-Kollegen helfen selbstverständlich mit. Auch hier ist wieder Manpower gefragt. Denn so eine Platte wiegt hier mehr als 100 Kilogramm. Janina waren Naturmaterialien sehr wichtig. So bestehen Regale und Teile der Arbeitsflächen aus Holz. Die Küchenfront hat eine coole Betonbeschichtung. Jetzt nur noch die Geräte mit Strom versorgen, anschließen und prüfen. Ob Lüftung, Gas, Wasser oder Strom. Für die Höffis alles kein Problem. Alle Servicemonteure sind TÜV-zertifiziert geschult und können auch diese Arbeiten eigenständig übernehmen. Nach drei Tagen Fleißarbeit ist es geschafft. Und Janina Use ist total happy. Nun kann sie in ihrer neuen Höfner-Küche nach Herzenslust kulinarisch kreativ werden.